So, in dem Quick & Dirty Video hier geht es um Nierensteine. Die wichtigsten Nierensteine sind Calcium-Oxalat-Steine. Sie machen drei Viertel der Nierensteine aus, aber wie kommen die überhaupt zustande? Also, normalerweise haben wir im Magen-Darm-Trakt Calcium-Oxalat, die zusammen ein Komplex eingehen und dann eben ausgeschieden werden. Wenn wir aber beispielsweise im Rahmen einer Scholistase Gallensäuremangel haben, dann führt es dazu, dass wir im Endeffekt freie Fettsäuren haben, an die Calcium binden kann. Und Oxalat wird somit frei, kann eben den Komplex nicht mehr mit Calcium eingehen und wird dementsprechend resorbiert ins Blut aufgenommen. Das ist eine der häufigsten Ursachen, weshalb wir Calcium-Oxalat-Steine haben. Ansonsten natürlich auch oxalatreiche Ernährung wie Spinat und so weiter. Gut, dann gibt es noch die Urat-Steine. Hyperurekämie ist ja auch sehr häufig, kennen wir. Das sind aber nur 10% der Steine. Hier kann man Alopurinol geben. Allerdings sollte man aufpassen, dass man kein Benzbromaron, also Urosurica im Endeffekt, vermeidet. Dass man die nicht gibt, weil im Endeffekt dann natürlich mehr Urat ausgeschieden wird. Und dann haben wir zwar keine Gelenkbeschwerden mehr im Sinne von Gichtanfällen und so weiter, aber wir haben natürlich vermehrt Steine. Bei diesen ersten beiden Steinformen, Calcium-Oxalat und Urat-Steinen, macht es Sinn, den Hahn zu alkalisieren. Das ist zwar nicht so relevant, weil wir es klinisch nicht so häufig machen, aber im Endeffekt kann man da Calium-Natrium-Hydrogen-Citrat geben, beziehungsweise Natrium-Bicarbonat. Und das eben alkalisiert den Hahn und dann lösen sich diese Komponenten eher auf. Dann gibt es als letzte Steinart mit 10% noch die Magnesium-Ammonium-Phosphat-Steine. Und diese Steine entstehen meistens durch rezipierende bakterielle Infekte. Da kann man Methionin geben, um den Hahn im Endeffekt anzusäuern. Das war es auch schon, unsere kleine Übersicht zu den Nierensteinen. Bis zum nächsten Video.